Ey, gerade so nur am Rande, also halb zwei. Ja gut, er ist no business like showbusiness. Ey, Satya Heinz, der Film geht darum, wie fünf Typen versuchen eine Dokumentation zu machen. Das ist eine tolle Komödie, er hat Oskar reif. How to make a documentary, ich hab den Namen schon alle. How not to make it. Also, how not to make a documentary. So, we need to be there at like, you guys need to be there at 7 to get ready. I gotta tell you, what is Gold Rush Rally? Also, first, please look for Format 67. They are gonna be filming. Die Sache ist mir um zu viel equipment hier. Und wir müssen jetzt abbauen. That is our story. Und das ist was wir machen. Wunder in the stars, fliehen von der beatenen Rose. Lachen like a fool, fliehen von der heart and the soul. Das kann man nicht wiederholen. Jetzt müssen wir was Neues machen. Und jetzt wirft uns irgendjemand so einen Scheiß hin, wo ich sage, ey krass, Das kann man jetzt wirklich was Neues machen. Okay, um, so, for the beginning parts, what do you want me wearing? So, nothing. Okay, Kayla, thank you very much. Done? Yeah, good work. Done. Thank you. Happy девLawas. Yeah, thank you very nice. Bye. Bye.